Und folgerichtig der nächste Schritt wird dann sein, ein entsprechendes Lüftungskonzept aufzusetzen. Bevor wir dazu kommen, würde ich Ihnen gerne auch schon mal ein paar Quellen nennen, weitere Quellen nennen, wie Sie an Ihr Luftdichtheitskonzept erstmal kommen können. Sie finden da im Internet eigentlich sehr, sehr gute Vorlagen zu. Hier auf der Seite letzten Endes des Fachverbands Luftdichtheit im Bauwesen, e.V. FLIP heißt das ganze Ding, abgekürzt. Oder auch bei luftdicht.info finden Sie auch zahlreiche Angaben, beziehungsweise hier sogar den Leitfaden für ein Luftdichtheitskonzept. Also da sind Sie prima aufgehoben und können das letzten Endes auch von A nach B abarbeiten. Ja, also auch das als Hilfestellung für Sie gedacht. Wenn Sie da wissen wollen, wie funktioniert denn so das Luftdichtheitskonzept, das können Sie sich selber anschauen. Bis hin zur Detailplanung finden Sie da entsprechende Hinweise oder auch Prinzipskizzen, die auch teilweise dann schon im Arbeitsheft genannt sind. So, kommen wir aber jetzt erstmal als nächstes zum Lüftungskonzept selber. Und das ganze Thema Lüftungskonzept ist geregelt wiederum in einer Norm, in der DIN einen, Quatsch, in der DIN 1946 Teil 6. Da sind Lüftungskonzepte geregelt. Sie finden alles Wesentliche wiederum im Arbeitsheft. Sie finden aber auch in OneNote die vollständige Norm 1946 Teil 6 als PDF und auch ein besonderes Merkblatt dann nochmal zu Kellerlüftung. Auch darauf werden wir dann im Weiteren eingehen. Reden wir aber erstmal über den generellen Ansatz der DIN 1946 Teil 6. Das Lüftungskonzept besteht eigentlich aus zwei großen Schritten. In der DIN 1946 Teil 6 ist auch ein Nomogramm drin, das Sie hier auch finden. Und dieser erste Schritt besteht darin zu überprüfen, ob ich lüftungstechnische Maßnahmen ergreifen muss oder ob mein Gebäude undicht genug ist, könnte man auch sagen. Das heißt, dieser erste Step, naja, Sie müssen erstmal ein paar Grunddaten haben, das werden wir dann gemeinsam tun. Und die erste wichtige Frage, im Abschnitt 4 steht das jetzt der Norm drin, ist die Frage, die wir beantworten müssen, sind lüftungstechnische Maßnahmen erforderlich oder reicht die Gebäudeundichtigkeit aus, um zumindest das Gebäude schadensfrei zu halten. Da kann ich dann mit Ja oder Nein darauf antworten und dementsprechend dann weiterverfahren. Das heißt, der erste Schritt besteht darin, für Sie alle diese Überprüfung durchzuführen. Wie machen wir das jetzt? Im ersten Schritt, was brauchen wir denn? Wir brauchen, oder wir gehen in diesen vier Schritten vor, wie es hier dargestellt ist, wir brauchen natürlich erstmal so ein paar Daten des Gebäudes. Das heißt, wir brauchen die Lage des Gebäudes, die Anzahl der Geschosse, Gebäudehöhe, liegt das Gebäude in einem windstarken oder einem windschwachen Gebiet, und wie groß ist unser Gebäude überhaupt? Zweiten Schritt, die Frage stellen, habe ich besondere Räume, fensterlose Räume? Gibt es besondere Anforderungen aus der Nutzung? Wenn Sie sich erinnern, unter Baukonstruktionen hatten wir darüber gesprochen, wenn Sie jetzt vorhaben, einen botanischen Garten oder eine Amphibienfarm in Ihrem Wohnhaus unterzubringen, dann sind das besondere lüftungstechnische Anforderungen. Dann kommen die zwei Hauptschritte. Das ist einmal die Frage der Notwendigkeit lüftungstechnischer Maßnahmen. Brauche ich welche oder brauche ich keine? Und in einem zweiten Hauptschritt dann die Dimensionierung dieser lüftungstechnischen Maßnahmen. Die Überprüfung, ob Sie lüftungstechnische Maßnahmen brauchen oder nicht, die sollten Sie immer durchführen, auch wenn Sie sowieso vorhaben, eine Lüftungsanlage einzubauen. Man kann natürlich sagen, warum? Warum sollte ich überhaupt überprüfen, ob ich lüftungstechnische Maßnahmen brauche, wenn ich eh vorhabe, eine Lüftungsanlage einzubauen? Da kann ich nur sagen, Planung kann sich ändern. Der Bauherr kann später trotzdem noch entscheiden, ohne dass Sie irgendwas davon mitbekommen, keine lüftungstechnische Maßnahmen erst mal vorzusehen. Und für den Fall sollten Sie dann schon mal untersucht haben, kann es dann zu einem Problem führen oder führt es dann in der Regel zumindest nach Normen auch zu keinem Problem. Deswegen führen Sie immer diesen Hauptschritt 1 oder hier mit Schritt 3 beschrieben durch und überprüfen Sie, ob Sie lüftungstechnische Maßnahmen brauchen. Die Grunddaten, das kann jeder selber ermitteln. Das machen wir gleich zusammen für das Beispielgebäude. Und im Weiteren, nur damit man da so mal einen Einblick hat, was wir da jetzt machen, lüftungstechnische Maßnahmen ist dann erforderlich, wenn der notwendige Außenluftvolumenstrom, der zum Feuchteschutz notwendig ist, durch den Außenluftvolumenstrom, der durch Infiltration vorhanden ist, nicht ausreicht beziehungsweise sichergestellt werden kann und das Ganze nutzerunabhängig. Oh, was heißt das jetzt? Warum brauchen wir überhaupt einen Außenluftvolumenstrom zum Feuchteschutz? Naja, um die Feuchtigkeit, die im Bauwerk da ist, beziehungsweise immer produziert wird, abzuführen. Durch Ihre Transpiration, durch Kochen, durch Duschen, durch Waschen, Wäsche trocknen und so weiter, Baurestfeuchte oder so was. Ich habe eine Feuchte, eine feuchte Erzeugung im Gebäude und diese Feuchte, diesen Wassergehalt, diese Wassermenge, die muss sich kontinuierlich nach draußen führen. Das gilt natürlich vor allem im Winter, im Sommer haben Sie eh die Fenster offen. Da habe ich das Problem nicht, aber im Winter muss ich das auch sicherstellen. Und die Frage ist, wie groß ist jetzt dieser Volumenstrom? Also wie viel Kubikmeter pro Stunde muss ich da jetzt nach draußen schaffen? Dafür gibt es eine Formel, die werden wir uns gleich anschauen und die vergleiche ich mit meiner vorhandenen Gebäude-Undichtigkeit. Das heißt, wenn alle Fenster geschlossen sind, wie groß ist dann der Volumenstrom, der infolge dieser Infiltration, heißt das, oder infolge dieser Undichtigkeiten permanent vorhanden ist. Das heißt, ich vergleiche zwei Volumenströme miteinander. Das werden wir gleich tun, diese zwei Volumenströme vergleichen. Da müssen wir dann verschiedene Annahmen treffen, da reden wir dann gleich drüber. Und das ist sozusagen der erste Schritt, die erste Frage, die wir hier beantworten werden, indem wir diese beiden Volumenströme miteinander vergleichen. Sie sehen hier auch schon die beiden Antwortmöglichkeiten. Keine lüftungstechnischen Maßnahmen sind erforderlich, wenn der Volumenstrom der Nutzungseinheit, jetzt müssen wir über die Indizes so ein bisschen sprechen, also das ist die Nutzungseinheit. Das wäre zum Beispiel unser ganzes Haus, der beheizte Teil davon, das wäre die Nutzungseinheit. Das kann aber auch eine Wohnung sein, wenn es jetzt ein Mehrfamilienhaus ist. Und dahinter der Index, das ist die Feuchteschutzlüftung. Es gibt verschiedene Volumenströme, die wir haben. Und die unterste ist quasi die zur Sicherstellung des Feuchteschutzes. Das ist die Feuchteschutzlüftung der Nutzungseinheit. Q ist der Volumenstrom, QV ist der Volumenstrom gesamt, QV gesamt ist der gesamte erforderliche Volumenstrom meiner Nutzungseinheit zur Sicherung des Feuchteschutzes. Das ist der linke Teil. Und der rechte Teil haben wir auch zwei Indizes. Wir haben einmal die Infiltration. Das ist die Undichtigkeit meines Gebäudes bei geschlossenen Fenstern. Und zwar die vorhandene nach Konzept. Und darüber müssen wir uns gleich unterhalten, was da eine sinnvolle Annahme ist. Auch wieder QV, also ein Volumenstrom. Die beiden Volumenströme vergleiche ich letzten Endes. Na, das ist ein bisschen dick. Das heißt, ich vergleiche quasi einen erforderlichen Wert mit einem vorhandenen. Wenn der erforderliche kleiner ist als der vorhandene oder andersrum formuliert, wenn der vorhandene Volumenstrom mindestens so groß ist wie der erforderliche, dann kann ich da einen Haken dran machen. Tja, dann gibt es natürlich den anderen Fall auch. Lüftungstechnische Maßnahmen sind dann erforderlich, wenn der Volumenstrom, den ich brauche, größer ist als der, den ich habe. So, schauen wir uns an, wie das berechnet wird. Sie finden immer rechts jetzt hier im Weiteren die Berechnungsformel dazu und links eine kleine textliche Erläuterung. Schauen wir uns mal die Formel an, die wir hier haben. Das heißt, wir haben hier QV Gesamt Nutzungseinheit Feuchteschutzlüftung, also der Luftvolumenstrom zum Feuchteschutz in Kubikmeter pro Stunde. Der berechnet sich jetzt aus verschiedenen Eingangswerten. Wir haben den Faktor zur Berücksichtigung des Wärmeschutzes FWS und wir haben die Fläche der Nutzungseinheit ANE, die mit dieser Formel dementsprechend eingeht. Und direkt darunter sehen Sie auch passend dazu die Faktoren. Wenn Sie in die Norm gucken, dann sehen Sie, dass das ein bisschen auseinanderliegt. Naja, die Fläche der Nutzungseinheit, die können wir bestimmen. Das ist die Flächenberechnung Ihres Hauses. Das ist relativ simpel. Und jetzt gucken wir uns noch diesen Faktor FWS an. Faktor zur Berücksichtigung des Wärmeschutzes. Und da gibt es eigentlich vier Werte. Wir haben zum einen Wärmeschutzes. Die Unterscheidung zwischen Wärmeschutz hoch und Wärmeschutz gering. Was ist Wärmeschutz hoch? Was ist Wärmeschutz gering? Naja, wir können eigentlich, wenn wir überhaupt planen, davon ausgehen, dass wir den Wärmeschutz hoch wählen. Wärmeschutz gering ist für Altbauten gedacht. Das ist dann in der Norm auch noch mal ein bisschen näher erläutert, was damit gemeint ist. Und dann finden Sie noch zwei Zeilen. Geringe Belegung, hohe Belegung. Was ist was? Und dann sehen Sie direkt das Sternchen. Geringe Belegung ist immer üblicherweise dann vorhanden, wenn Sie im selbstgenutzten Wohneigentum, wie zum Beispiel in einem Einfamilienhaus wohnen. Da müssen wir gleich mal drüber nachdenken. So, und dann ist noch erklärt, was sozusagen an feuchte Produktionen dahinter steckt. Weil eigentlich müsste ich ja jetzt erst mal berechnen, wie viel Feuchteeintrag habe ich, wie groß ist das Trocknungspotenzial, wenn ich Außenluft einsauge und so weiter. Und das steckt alles quasi in dieser Formel mit drin. Das heißt, hier ist noch mal erklärt, was dahinter steckt. Die Volumenanforderung, Volumenstromanforderung der Lüftung zum Feuchteschutz liegen dann folgende Annahmen zugrunde. Mittlere tägliche Feuchtefreisetzung, das ist der Hinweis, dass Lastspitzen, also Feuchtespitzen, in einem einzelnen Raum gesondert zu berücksichtigen sind. Wo ist das der Fall? Das wäre zum Beispiel, ja, das hier wäre zum Beispiel ein Badezimmer. Wenn Sie duschen, haben Sie eine große, punktuelle Lastspitze an Feuchteeintrag. Mit dem müssen wir uns noch mal beschäftigen. Jetzt geht es erst mal ums ganze Gebäude. Ja, und wenn wir jetzt, sagen wir mal, eine Nutzungseinheit mit, ja, wie groß wird Ihr Einfamilienhaus sein? Sagen wir mal, Sie haben Nutzungseinheit mit 160 Quadratmetern. Ich denke mal, viele Häuser von Ihnen werden auch größer sein. Dann haben wir ein Feuchteeintrag von 8 Kilogramm pro Tag. Das ist nicht wenig. 8 Liter pro Tag Feuchtigkeit, die im Gebäude entstehen. Auskochen, Duschen, Schwitzen, Pflanzen, Haustiere, vielleicht Baurestfeuchte, Sie haben den Boden gewischt. Also, Sie produzieren Wasser im Gebäude und das ist gar nicht wenig. Und diese 8 Liter pro Tag, die müssen jetzt nach draußen. Und dann ist noch was unterstellt, das ist eine Innenraumlufttemperatur, die Sie hier sehen, Schlafzimmer, Kinderzimmer nachts, 16 Grad, tagsüber alles dann bei 20 Grad und im Badezimmer 22 Grad. Warum spielt das eine Rolle? Das werden Sie im zweiten Semester vertiefen mit zunehmender Temperatur. Da hatten wir schon mal kurz drüber gesprochen. Steigt auch die Fähigkeit, Wasserdampf aufzunehmen der Luft. Das heißt, wenn Sie Temperatur hochdrehen und die absolute Wassermenge gleich lassen, sinkt die relative Feuchte ab und umgekehrt auch. Und das sozusagen sorgt für ein größeres Trocknungspotenzial. Und hier sehen wir dann auch, was ist mit Wärmeschutz hoch und gering gemeint. Wärmedurchgangskoeffizienten im Bereich der kritischen Wärmebrücken, also U-Wert im Bereich der kritischen Wärmebrücken. F-RSI, da hatten wir auch drüber gesprochen, F-RSI ist der Wert von 0,7, den wir nach der 4108, also gemäß DIN 4108, Teil 2, Mindestwärmeschutz, F-RSI muss mindestens größer 0,7 sein. Jetzt sehen wir so ein gewisser Widerspruch, ja, da steht jetzt F-RSI 0,72, also auch da, ja, sollten Sie nicht zu knapp mit Ihren Wärmebrücken rangehen. Jetzt wird so ein Konzept daraus. Sie merken, wir haben Wärmebrücken energetisch betrachtet, das letzte Mal. Und jetzt reden wir über Feuchteschutz und trotzdem spielen Wärmebrücken wieder mit eine Rolle. Warum? Weil im Bereich der Wärmebrücken in der Regel die Innenoberflächentemperatur am niedrigsten ist. Das heißt, wenn die Wärmebrücke zu schlecht ist, kommt es verstärkt oder früher dann dort eben zu einer Schimmelpilzbildung. Deswegen muss das zusammenhängen. Und diese Randbedingungen, die stecken dahinter, die dürfen Sie auch ansetzen. Das heißt, das ist quasi die normative Vorgabe. Das heißt, wir würden uns noch überlegen, welchen dieser beiden Werte nehmen wir. 0,2, 0,3. Wir überprüfen mal beides, was da so rauskommt, spielen ein bisschen mit den Werten und dann überlegen wir uns, was wir daraus machen. Wärmeschutz gering, wie gesagt, ist dann die Annahme, die Sie treffen, zum Beispiel für Altbauten. Das steht ja unten auch vor Wärmeschutz Verordnung 1995. Das wäre jetzt ein Altbau. Würde man mit schlechteren Wärmedämm-Eigenschaften im Bereich der Wärmebrücken rechnen müssen. Und dementsprechend muss ich dann mehr lüften. Wenn der Faktor größer ist, sehen wir, dass sich in dieser Formel, die Sie oben sehen, auch proportional dazu der notwendige Volumenstrom erhöht. Die Nutzungseinheit ist gleich groß. Das heißt, der zweite Faktor hier hinten, der ist sozusagen, ergibt sich nur aus meinem Gebäude oder aus der Größe meines Gebäudes. Und der Faktor F WS, der beeinflusst das Ganze direkt proportional. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe Faktoren, die zwischen 0,2 und 0,3 liegen oder 0,2 und 0,3, dann steckt da ganz viel Potenzial dahinter. Und jetzt muss man überlegen, am Ende, was ist eine Annahme auf der sicheren Seite. Da gucken wir uns gleich die Situation nochmal genauer an. Also die Formel, nicht weiter schwierig, ist das, was ich als erstes ermittle. Das ist quasi mein, das ist der erforderliche Wert. Das ist der erforderliche Volumenstrom. Und jetzt kommt der vorhandene Volumenstrom. Das ist der Außenluftvolumenstrom durch Infiltration. Und der hängt jetzt von verschiedenen Sachen ab. Von der Nutzfläche natürlich, von der Lage des Gebäudes, der Ausführung der Gebäudehülle. Und der drückt sich aus in diesem N50-Wert, also in dem Blower-Door getesteten Wert. Wie sieht da die Formel so aus? Der Volumenstrom ergibt sich aus einem Volumenstromkoeffizienten nach Tabelle 7. Gucken wir uns gleich an. Der ergibt sich aus dem gesamten Luftvolumen einer Nutzungseinheit in Kubikmeter. Und der ergibt sich aus dem N50-Wert. Das ist die Druckdifferenz oder der Blower-Door-Test gewesen. Und das berechnet sich jetzt unten, können Sie es nochmal ablesen. Entweder ergibt sich das aus einer Tabelle oder man kann es auch aus einer Messung letzten Endes ablesen. Über diese Tabelle 14 müssen wir gleich sprechen. Das heißt, wir haben noch zwei abhängige Tabellen, die wir brauchen. Wir haben die Tabelle 7 der Norm und die Tabelle 14 der Norm. Beide brauchen wir letzten Endes. Gucken wir uns also diese beiden Tabellen an. Erstmal den Volumenstromkoeffizienten EZ. So, was geht da ein? Da geht ein das Windgebiet. Also steht Ihr Gebäude mitten in der Stadt, kriegt kaum Wind ab. Oder steht es irgendwo im Hunsrück-Westerwald Eifel oben auf einem Bergrücken, alleine im Wald oder alleine ohne Wald drumherum. Dann habe ich eine windstarke Region. Klar, je mehr Wind weht, desto größer sind auch die Infiltrationswärmeverluste. Das ist logisch. Und dann spielt eine Rolle, haben Sie eine eingeschossige Nutzungseinheit. Das wäre immer dann der Fall, wenn Sie in ein Familienhaus als Bungalow bauen. Also wenn es nur ein Geschoss gibt. Oder eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Wäre auch eine eingeschossige Nutzungseinheit. Oder haben Sie eine mehrgeschossige Nutzungseinheit. Mehrgeschossig, eingeschossig, warum spielt das eine Rolle? Naja, mehrgeschossig heißt, Sie haben eine Druckdifferenz innerhalb Ihres Volumens. Warme Luft steigt nach oben. Und wenn Sie jetzt mal zum Beispiel in einem Einfamilienhaus aufgewachsen sind oder mal gewohnt haben, dann wissen Sie, dass wenn Sie so einen offenen Treppenraum haben und oben Fenster aufmachen und unten eine Tür, dass da automatisch Luftbewegung ist. Und die ist auch vorhanden, wenn es Infiltrationsundichtigkeiten gibt. Deswegen ist der Luftaustausch bei mehrgeschossigen Nutzungseinheiten höher als bei eingeschossigen. Und auch das geht, wenn wir uns die Formel anschauen, direkt proportional ein. Also wenn der Wert EZ sich verändert von 0,04 auf 0,06, heißt das, dass mein vorhandener Infiltrationsvolumenstrom auch um 50% direkt ansteigt. Das heißt, auch der Faktor, na, da müssen wir drüber nachdenken, was wir da ansetzen. Jetzt noch Tabelle 14, das ist dann letzten Endes die Gebäudedichtigkeit. Und jetzt passiert ein Effekt, dass nämlich, wenn Sie die Undichtigkeit Ihres Gebäudes abschätzen, wir planen ja unser Gebäude noch, wir können es ja noch gar nicht messen. Das heißt, das Lüftungskonzept erstellen wir ja zu einem Zeitpunkt, wo es noch gar kein Gebäude gibt. Sie machen jetzt ein Lüftungskonzept. Das heißt, wir müssen mit irgendeiner Undichtigkeit rechnen. Und jetzt passieren zwei Effekte. Einerseits bin ich auf der sicheren Seite, wenn ich eine große Gebäudeundichtigkeit annehme, weil ich dann die energetischen Verluste überschätze. Andererseits bei der Gebäudeundichtigkeit beim Lüftungskonzept würde ich dann einen Fehler machen. Die Annahme einer großen Undichtigkeit, eines großen N50 Wertes, legt dann nicht mehr auf der sicheren Seite. Das heißt, wenn Sie ein Lüftungskonzept erstellen, sollten Sie auf der sicheren Seite liegend eher von einem dichten Gebäude ausgehen, als von einem undichten Gebäude. Und da können Sie auch zwei verschiedene Werte annehmen. Also in der energetischen Bilanz einen größeren N50 Wert und im Lüftungskonzept einen kleineren N50 Wert. Und das steht hier nicht so ganz klar drin. Schauen wir uns mal drei typische Werte an, drei typische Kategorien. Es gibt die Kategorien A, B und C. A steht für Ventilatorgestützelüftung in Einfamilienhäusern und Mehrfamilienhäusern. Kategorie B steht für freie Lüftung bei Gebäuden, die nach 2002 errichtet wurden. Und C ist bei Modernisierung von Einfamilienhäusern vor 2002. Und das würde ich so ein bisschen mal ein Fragezeichen dran machen. Also das hieße ja, wenn Sie ein Gebäude neu planen jetzt und Sie planen mit Fensterlüftung, wollen keine Lüftungsmaßnahmen vorsehen, keine Ventilatorgestützelüftung vorsehen, dann würden Sie rechnen mit einem N50 Wert von 1,5. Wäre nach Norm richtig. Liegt aber 50% über dem Wert, den Sie auch annehmen könnten, nämlich 1,0 für Ventilatorgestützelüftung. Und das ist nicht die sichere Seite. Insofern gebe ich Ihnen hier ganz klar die Empfehlung, bei Neubauten immer mit dem Wert 1,0 zu rechnen, weil der auf der sicheren Seite liegt. Wenn Sie ein Passivhaus errichten, Passivhaus, haben wir gesehen, ist die Anforderung bei 0,6. Passivhaus heißt aber automatisch auch Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Das heißt, bei einem Passivhaus sollte man auch diese Notwendigkeit mal überprüfen mit einem N50 Wert von 0,6. In allen anderen Fällen gebe ich Ihnen den dringenden Ratschlag, rechnen Sie mit 1,0 bei N50, dann überschätzen Sie nicht Ihre Undichtigkeit. Weil was kann passieren, wenn Sie jetzt mit 1,5 rechnen? Ja, kommen raus, ja, ich brauche keine lüftungstechnischen Maßnahmen, ich kann mit Fensterlüftung rechnen, der Bauherr sagt, prima, spare ich mir das Geld, baut keine Lüftungsanlage ein, Sie bauen Ihr Haus, beherzigen meine Empfehlung und machen einen Blower-Door-Test und alle haben super gebaut und der getestete Wert liegt bei 1,0. Dann haben Sie ein Problem, weil dann müssen Sie das Lüftungskonzept überarbeiten, setzen 1,0 ein und bekommen dann vielleicht raus, oh, ich brauche jetzt lüftungstechnische Maßnahmen. Da wird sich dann keiner freuen, ja, dann haben Sie zu dicht gebaut, das heißt, dann fangen Sie an und machen Ihr Gebäude undicht oder was. Also es ist ja ein bisschen Quatsch. Also insofern nehmen Sie eine Annahme an, die auf der sicheren Seite liegt und wenn mit 1,0 keine lüftungstechnischen Maßnahmen notwendig sind und Sie testen Ihr Gebäude und kommen dann auf einen N50-Wert von vielleicht 1,3, dann wissen Sie, alles klar, funktioniert immer noch, funktioniert sogar noch besser, wunderbar, kein Problem. Also nehmen Sie den Wert 1,0 bitte an. Das ist zwar ein bisschen außerhalb der Norm, wenn man so will, aber Sie liegen auf der sicheren Seite. Also sichere Seite N50, 1,0 oder beim Passivhaus 0,6 Stunde hoch minus 1. Also das kann ich Ihnen nur empfehlen. So reden wir nochmal über dieses EZ-Konzept, was da die sichere oder unsichere Seite ist. Dafür gilt natürlich das Gleiche. Also eingeschossige Nutzungseinheit, mehrgeschossige Nutzungseinheit. Man kann jetzt auch vereinfacht sagen, rechnen Sie mit dem kleinsten Wert und Sie liegen immer auf der sicheren Seite. So, das wäre die eine Empfehlung. Das wäre die 0,4. Das wäre also hier die sichere Seite. Man kann auch sozusagen mit 0,6 rechnen, bei mehrgeschossiger Nutzungseinheit, weil sonst hat man zu viel auf die sichere Seite gepackt. Aus der Praxis würde ich Ihnen die Empfehlung geben und sagen, rechnen Sie mal mit 0,04, fangen Sie damit mal an und wenn der Nachweis dafür funktioniert, hören Sie auf, wunderbar. Dann haben Sie alle Puffer eingebaut der Welt und es funktioniert später sowieso immer noch. Also starten Sie mal mit 0,04. Wenn das damit nicht funktioniert, dann gehen Sie mal auf 0,06. Wäre jetzt für ein Einfamilienhaus auch zulässig, weil Sie eine mehrgeschossige Nutzungseinheit haben. Und probieren es damit mal. Auf eine windstarke Region, davon würde ich abraten, weil, naja, die Gebäude oder die Ortsrandlage kann irgendwann mal nicht mehr am Rand liegen, wenn Bewuchs da ist, wenn da dichte Bäume stehen oder eine Hecke steht oder Nachbargebäude auf einmal errichtet werden, weil der Acker irgendwann zum Wohngebiet erklärt wird. Und dann funktioniert Ihr Nachweis nicht, nur weil Sie dann keine windstarke Region haben. Und zweites Argument, naja, Wind weht nicht immer. Insofern weht der Wind auch mal im Winter über eine längere Zeit vielleicht nicht. Und Schimmelpilz entsteht durchaus in einer Woche. Insofern ist so der Ansatz, der windstark, windschwach, auch so ein bisschen, so eine Sache, die würde ich da nicht mit in Ansatz bringen, nicht anrechnen. Also ich würde sagen, rechnen Sie mit windschwacher Region. Wenn Sie eine zweigeschossige oder noch mehrgeschossige Wohneinheit haben, probieren Sie es mal mit 0,04 als erstes. Und wenn das nicht geht, können Sie auf 0,06 hochgehen. So, bleibt dann nur noch die Frage, wie rechne ich das Luftvolumen aus? Und das ist eine ganz einfache Formel, die wir auch gleich sehen werden. So, dass wir jetzt eigentlich schon in der Lage sind, unser Lüftungskonzept mal anzufangen. Wir machen das mal für das Beispielgebäude. Ach so, windschwach, windstark, auch das können Sie jetzt hier schon aus so einer Karte entnehmen. Aber damit wollten wir eh nicht rechnen. So, die weiteren Formeln, und da kommen wir später zu. So, wann kommt denn mein Beispiel? Da ist mein Beispiel. So, luftdichte Ebene. Werden wir jetzt erstmal nicht drauf eingehen. Und jetzt überprüfen wir mal, ob lüftungstechnische Maßnahmen notwendig sind oder erforderlich sind. Das heißt, wir brauchen zwei Luftvolumenströme. Sie können in Ihrem in Ihrem Arbeitsheft blättern. Ich mache mir das mal hier auf einem anderen Fenster auf. So, wir brauchen als erstes den Außenluftvolumenstrom zum Feuchteschutz. Das heißt, der erste Wert, den wir brauchen, ist dann der Wert QV, Gesamt, der Nutzungseinheit zum Feuchteschutz. und der berechnet sich aus dem Wert FFS, FWS mal minus 0,002 mal An Quadrat plus 1,15 mal An plus 11. So, das ist die Formel, die wir jetzt mit Leben füllen müssen. Das heißt, wir überlegen uns, was ist der Wärmeschutzfaktor. Entsprechend der Tabelle würde ich jetzt davon ausgehen, 0,2 0,3 zwischen den beiden Werten würde ich jetzt schwanken. Ich gehe mal tatsächlich auf geringe Belastung. Das heißt, 0,2 wäre mein Faktor da. Das heißt, geringe Belegung im Einfamilienhausbereich und jetzt die Fläche der Nutzungseinheit. Nutzungseinheit. Auch das habe ich im Vorfeld ermittelt. Können Sie mir das glauben oder nicht. Das sind 165 Quadratmeter. Das heißt, ich kann jetzt relativ schnell natürlich hingehen und sagen, was mein Volumenstrom zum Feuchteschutz ist. Wäre also die 0,002 noch ein Minus davor. Wo ist das Ding? Da. Das heißt, ich habe 29,3 Kubikmeter pro Stunde wäre der erforderliche Luftvolumenstrom, den ich brauche für mein Beispielgebäude, um den Feuchteschutz sicherzustellen. So, das ist der erforderliche Wert und den vergleiche ich jetzt mit dem mutmaßlich vorhandenen Wert. Also, den zweiten Wert. Ich brauche jetzt den Gesamtvolumenstrom in Folge Infiltration gemäß Konzept. so sieht die Formel aus. gucken wir uns wieder die einzelnen Parameter an. Mein EZ-Konzept. Dann nehme ich jetzt erstmal den geringeren Wert 0,04 Dann muss ich mich auch nicht drüber unterhalten. Wo liegt mein Gebäude? Ist das jetzt noch windstark oder windschwach? Habe ich eine exponierte Lage oder nicht? Ja, liege ich einfach auf der sicheren Seite. Jetzt der Volumen, das Volumen meiner Nutzungseinheit und das kann ich näherungsweise bestimmen. Das kommt später nochmal die Formel zu 0,76 mal mein gesamtes Volumen mein umbauter Raum sozusagen 0,76 davon Das muss ich jetzt mal gerade nachgucken. So, das habe ich da bestimmt. Das ist auch ein Wert, den wir später bei der energetischen Bilanz nochmal brauchen. Das heißt, bei mir sind das 0,76 mal 844 Kubikmeter Das ist dann ein Luftvolumen von 600 gerundet. 41,4 Kubikmeter Und jetzt brauche ich noch meinen N50 Da gehen wir auch auf die sichere Seite und sagen, das liegt bei 1,0 hoch minus 1 und auch das kann ich jetzt wieder berechnen. 0,04 mal 641,4 mal 1,0 25,6 Das wäre jetzt mein vorhandener Infiltrationsvolumenstrom und jetzt kann ich das vergleichen. Ja, das wäre jetzt mein nächster Schritt, dass ich sage ich vergleiche jetzt den Volumenstrom, den Gesamtvolumenstrom der Nutzungseinheit Feuchteschutzlüftung der lag bei 29,3 Kubikmeter pro Stunde mit meinem vorhandenen Wert 25,6 Kubikmeter pro Stunde und das ist der Volumenstrom Infolge Infiltration und Konzept und da sehen wir dass der Anforderungswert größer ist als der vorhandene Wert insofern würde das nach der Aussage bedeuten dass ich lüftungstechnische Maßnahmen brauche das würde das jetzt erstmal bedeuten und jetzt kann ich natürlich nochmal drüber nachdenken ich habe eben gesagt wenn das jetzt nicht funktioniert können wir jetzt mal ausprobieren ich darf ja an der einen oder anderen Stelle andere Werte nehmen das heißt wir haben eben gesehen dass wir für diesen Faktor EZ auch durchaus einen anderen Wert nehmen könnten wir können jetzt hier auch zum Beispiel mal auf 0,06 gehen für eine mehrgeschossige Nutzungseinheit die ich ja habe das heißt dieser Wert hier ändert sich 0,06 der Rest bleibt gleich das heißt aus den 25,644 das teile ich jetzt mal durch 0,04 mal 0,06 lande ich dann relativ schnell bei 38,4 ich runde mal ein bisschen ab 38,4 Kubikmeter pro Stunde und dann sieht die Sache wieder anders aus dann liege ich nämlich auf einmal ganz klar im zulässigen Bereich 38,4 Kubikmeter pro Stunde und das wäre dann der Fall dass ich keine lüftungstechnischen Maßnahmen brauche das heißt die Veränderung eines kleinen Faktors sorgt dafür dass ich umschwenke von ich brauche lüftungstechnische Maßnahmen zu ich brauche keine lüftungstechnischen Maßnahmen und wenn das Gesamtergebnis und das ist ja durchaus ein sehr relevantes eine relevante Aussage brauche ich jetzt eine lüftungstechnische Maßnahme das ist ja Aufwand wenn das nur abhängt von so einem doofen Faktor sollte man mal drüber nachdenken ob ob das jetzt nicht zu kritisch ist wenn ich das jetzt mal günstig annehme und sage ich habe eine mehrgeschossige Nutzungseinheit das ist also eine gewisse Unsicherheit die in der Formel drin steckt wie gehe ich jetzt mehr damit um als Planerin oder als Planer man nimmt den Bauherrn mit und sagt okay lieber Bauherr pass auf ich habe die lüftungstechnischen Maßnahmen die Notwendigkeit von lüftungstechnischen Maßnahmen überprüft wenn ich das auf die sichere Seite bringe und das ansetze führt das dazu dass ich lüftungs dass du lüftungstechnische Maßnahmen brauchst ich kann aber auch einen anderen Wert ansetzen der führt dann dazu dass du keine brauchst entscheide du ja trägst du die Unsicherheit mit oder nicht wenn das nachher sozusagen ungünstig läuft und ich jetzt mit dem EZ von 0,06 rechne und es kommt dann zu Schimmelpilz dann möchte ich dich nur aufklären dass das auch mit deinem Wissen geschehen ist bitte guck mich dann nachher nicht an wenn es doch schimmelt du trägst das Risiko mit ich berate dich hier nur und wenn der Bauherr dann von ihnen so beraten wird und das wasserdicht dann wird jedes Gericht nachher sagen naja Schimmelpilz ist entstanden die Überprüfung lüftungstechnischen Maßnahmen lag nicht immer auf der sicheren Seite aber der Planer hat den Bauherrn informiert und der Bauherr hat nachher entschieden dann ist das okay dann ist das ihnen nicht anzulasten wenn sie das einfach nur so in der Rechnung verstecken und sagen 0,06 blablabla das kann kein Laie nachvollziehen also kann es dann versteckt sich das in der Berechnung und dann wird nachher ein Gericht immer auch gucken ist das erklärt worden für Laien haben sie den Laien haben sie den Bauherrn beraten und mitgenommen konnte der Bauherr die Entscheidung überhaupt wirklich treffen weil wenn sie dem nur so was schicken und sagen zeichne das mal ab dass du damit einverstanden bist dann ist das keine Aufklärung also sollte man überlegen und sollte jetzt hier sagen okay das liegt auf der Grenze ich habe natürlich noch mehr Faktoren über die ich sprechen kann wenn ich tatsächlich Fensterlüftung machen will dann könnte ich natürlich auch darüber sprechen den N50 Wert auf 1,5 hoch zu setzen ich kann auch an dem FWS Wert von 0,2 noch was ändern da kann ich auch auf 0,3 hoch gehen dann bräuchte ich aber mehr Lüftungs Wärmeverlust das heißt wir haben nicht überall die sichere Seite gewählt also wenn es mein Bauvorhaben wäre wenn es mein Kunde wäre dann würde ich den informieren ich würde sagen so sieht es aus bei dem einen Ansatz führt das zur zwangsläufig lüftungstechnischen Maßnahmen das kann viel Aufwand sein das kann wenig Aufwand sein reden wir später drüber oder wenn ich die Parameter ein bisschen anders wähle was zulässig ist was plausibel ist dann führt das Maßnahmen brauche entscheide du was du willst so würde ich da vorgehen und wird das dann auch so in Konzept schreiben das heißt das was hier in grün steht das ist zulässig das ist richtig wenn Sie den Bauherrn informieren letzten Endes und das wäre auf jeden Fall auch eine Formulierung im Lüftungskonzept selber so das ist der erste Schritt mehr ist es erstmal nicht die Überprüfung ob lüftungstechnische Maßnahmen erforderlich sind das hat nur mit Feuchteschutz zu tun und nichts mit Energieeffizienz oder sonst irgendwas das Ganze machen Sie natürlich später oder das dürfen Sie für Ihren Endbericht natürlich mit einer Software auch lösen das heißt die Software die Sie kostenfrei als Studenten sich besorgen können das ist die Software Dämmwerk als Beispiel es gibt auch Hotgenrot anderer Software Hersteller der Lüftungskonzepte erstellen kann und wenn wir uns das mal anschauen dann sehen wir hier auch die üblichen Werte also das Programm selber erkläre ich jetzt nicht sondern wir gucken jetzt nur mal hier auf diese mittlere Feld und da sehen wir dass hier die gesamten Kennwerte auch eingehen hier stehen jetzt teilweise andere Flächen weil es auch ein anderes Gebäude ist aber hier steht dann auch Feststellung der Notwendigkeit lüftungstechnischer Maßnahmen das ist das was wir jetzt durchgeführt haben das heißt da geht jetzt ein die Größe der Nutzfläche das kann ich jetzt mal ändern auf die 105 auf die 165 Quadratmeter Raumhöhe Raumbelegung gering Wärmeschutz hoch N50 Wert 1,0 Nutzungseinheit mehrgeschossig windschwach also das was wir hatten und dann sehen wir hier ja leicht andere Werte warum auch immer das verstehe ich jetzt nicht Programmfehler was weiß ich da müssen wir nochmal reingucken also die Notwendigkeit also der Infiltrations Wärmeverlust oder Wärme Volumenstrom ist noch gleich Infiltration 24,8 da kann ich jetzt nicht genau nachvollziehen woran das liegt wir gehen mal auf die Raum was haben wir hier EZ das ist immer so der Vorführeffekt 0,06 das ist also schon der höhere Wert eigentlich müsste da dann auch ein anderer Gesamtwert rauskommen müssen wir mal hier reingucken wie das berechnet wird da steht hier noch ein Faktor AR Aha Werte übernehmen gucken wir mal was wir da raus kriegen kriegen jetzt noch mal ein ich spiele jetzt aber da nicht lange mit rum Raum belegung gering Wärmeschutz ist dann hoch N50 wert N50 1,0 geteilt auf eingeschoss ich bin schwach kommen irgendwie kleinere Werte raus ich kann es nicht genau nachvollziehen woran das liegt. An für sich müsste das die gleiche Formel sein. Die Formel passt. Die Formel hier scheint mir eine andere zu sein. Manchmal hilft es, dass man nochmal ein Update durchführt, dann funktioniert das Ganze auch. Also an sich müsste das gleiche rauskommen und mehr machen wir jetzt hier im Prinzip in dem ersten Schritt auch nicht. Sie können es aber auch von Hand rechnen. Gibt es erstmal Fragen ihrerseits dazu? Zu diesem ersten Schritt Notwendigkeit lüftungstechnischer Maßnahmen. Gucken wir nochmal auf das Ablaufschema hier. Das heißt, wir sind jetzt hier in diesem zweiten Schritt. Wir müssen jetzt entscheiden, sind Maßnahmen notwendig oder nicht. Fragen dazu? Okay. Ja, ich hätte eine Frage. Wenn jetzt lüftungstechnische Maßnahmen erforderlich wären, da gibt es ja ALDs, die eine Leistung von 15 Kubik die Stunde haben. Würde sowas auch schon reichen, wenn man einen so einbauen würde oder muss man nochmal spezifisch angucken? Kurz zur Erklärung für die anderen. ALD sind diese Außenluftdurchlässe. Im Prinzip sowas wie ein Loch in der Wand, nur ein bisschen schlauer. Wir gucken in einem nächsten Schritt, was da erforderlich ist. Also die Frage können wir beim nächsten Mal beantworten, ob da so ein Außenluftdurchlass reicht oder ob man mehr machen muss, was man da überhaupt machen kann. Also das ist genau der nächste Schritt, den wir machen. Oder andere Frage. Ab wann würde man entscheiden, ja, es lohnt sich jetzt nicht, immer weiter die Werte hochzuschrauben, dass es funktioniert? Also wann würde sich das eher so und sagen, nee, okay, ab dem Punkt jetzt hier sollte man schon lüftungstechnische Maßnahmen einleiten? Naja, in der Berechnung, die ich jetzt hier gemacht habe, würde man das auf jeden Fall an der Stelle machen, wo ich keine zugelassenen Werte mehr ansetzen kann. Also wenn ich jetzt bei der Feuchteschutzlüftung oben mal schaue, bin ich ja schon auf geringer Belegung. Das heißt, der Wert kann nicht kleiner werden. Bei der Infiltration wäre es zulässig, auf 0,06 zu gehen und auf 1,5 bei der N50 Zahl. Das wäre noch zulässig. Wenn das damit nicht funktioniert, dann muss man auf jeden Fall sagen, lüftungstechnische Maßnahmen sind erforderlich. Und dazwischen, also wenn es mit 0,04 und 1,0 funktioniert hätte, dann würde ich auch sagen, okay, dann funktioniert es auch. Dann funktioniert der Nachweis auch immer. Und wenn ich dazwischen liege, dann würde ich immer den Bauherrn mit informieren und würde sagen, die letzte Entscheidung musst du treffen. Also ich kann nur zwei Werte verändern. Das ist das EZ und der N50 Wert. Mit dem beeinflusse ich oder mit den beiden Werten beeinflusse ich letzten Endes den Nachweis. Für das EZ kann ich auf 0,04 gehen, 0,06 und dann noch in die windstarke Region rüber gehen. Ich gehe nochmal zur Formel hoch. Da sagten Sie ja eben, dass man da aufpassen soll, falls sich da was dann ändert, zum Beispiel am Rand des Baumgebietes und so. Also den Nachweis muss man erstmal führen für den Zustand, den Sie beantragen. Auch da würde ich sagen, wenn ich jetzt windstarke Regionen ansetze, dann auch dann würde ich sagen, muss man den Bauherrn darüber informieren. Also auf die Werte 0,08, 0,09 würde ich nur gehen, indem ich den Bauherrn auch informiere. Und die würde ich auch nur wählen, wenn ich auch wirklich in der windstarken Region bin. Also das ist eigentlich so die Bandbreite, die sich auftut. Wenn es mit den kleinsten Werten funktioniert, ist gut. Wenn es mit dem absolut größten, den ich noch legalerweise einsetzen kann, nicht funktioniert, muss ich sowieso machen. Und dazwischen würde ich immer den Bauherrn mit informieren. Mein Familienhaus ist natürlich die Sache, da spielt dann sowas auch eine Rolle wie, wie viel Honorar kriegen Sie dafür. Ja, und das ist, ich kann das nachvollziehen, wenn man jetzt, wenn ich sage, Herr Morbe, Sie kriegen für das Lüftungskonzept 300 Euro, dann überlegen Sie sich gut, wie viele Varianten Sie rechnen und wie oft Sie den Bauherrn nerven, weil Sie gar nicht genug Honorar kriegen, um da jetzt ständig irgendwelche großen Beratungsgespräche zu machen. Kann ich verstehen. Entbindet Sie aber nachher nicht von der Haftung, wenn ein Problem auftritt. Ja, und das ist dann, wenn man so will, eine kaufmännische Entscheidung von Ihnen als Büroinhaber, sage ich jetzt mal, ob Sie das Risiko gehen und den Bauherrn nicht informieren. Dann müssen Sie aber auch wissen, wenn nachher hinten was schief geht, wird der Sachverständige und das Gericht feststellen, dass Sie da nicht genug Beratung durchgeführt haben. Und dann kriegen Sie eventuell einen Teil der Mithaftung ab später, wenn Sie das Risiko tragen. Okay. Nee, ist ja meistens so, wenn man da die Leute informiert, da weiß man schon, wie der Hase läuft. Also. Ja, also das ist so, bei kleinen, bei kleinen Wohngebäuden gibt es diese Überlegungen. Aus der eigenen Berufspraxis kann ich Ihnen sagen, bei größeren Mehrfamilienhäusern, sag mal so ab, ab drei Parteien aufwärts oder auch bei Bürogebäuden ist, ist das ein Standardabstimmungsprozess. Ja, da werden Sie den Bauherrn informieren, ganz klar, was Sie da gemacht haben. Sie werden Ihre, wir haben ganz am Anfang über diese Leistungsphasen gesprochen, Sie werden jede Leistungsphase vorstellen, den Bauherrn. Ja, und der muss die dann noch freizeichen. Das ist die gängige Praxis. Das macht jeder Planer so. Also deswegen, Sie machen jetzt zwar ein Einfamilienhaus, aber ich sage Ihnen trotzdem schon mal, wieso die Planungsprozesse in größeren Bauvorhaben sein werden. Ein Familienhaus geht auch vieles drunter und drüber. Da finden Sie in der Regel auch vielleicht gar kein Lüftungskonzept und kein Luftdichtheitskonzept, weil es keiner macht. Ja. Und den N50-Wert, den nimmt man an. Man nimmt jetzt nicht den tatsächlich gemessenen bei einem Blower Door. Naja, Sie können ja in der Regel, wenn Sie ein Gebäude planen, noch gar keinen Wert nehmen. Ja, deswegen. Und da würde ich dann auch, wie gesagt, Sie könnten, wenn Sie vor hätten, Ihr Gebäude jetzt nur mit Fenstern zu lüften, könnten Sie auch auf 1,5 hochgehen. Das würde ich aber aus mehrerlei Gründen nicht machen. Wenn später doch irgendwie einer eine Lüftungsanlage braucht, wird der Wert kleiner sein. Und wenn Sie halbwegs vernünftig bauen, wird der Wert, den Sie später messen, werden auch kleiner als 1,5 sein. Das heißt, theoretisch müssten Sie dann Ihr Lüftungskonzept anpassen. Ich weiß auch, dass das in der Praxis dann nicht passiert bei Einfamilienhäusern. Und bei größeren Gebäuden passiert es trotzdem dann. Ja, also das ist so wieder, bei Einfamilienhäusern wird wahrscheinlich auch keiner merken, dass Sie gar kein Lüftungskonzept machen. Ja, der Bauherr weiß nicht, was er quasi erwarten muss von Ihnen. Das Bauamt guckt sich das nicht an. Vielleicht haben Sie noch irgendwie eine Heizungsanitärfirma, die pfiffig genug ist, danach zu fragen, weil die sonst auch mit in der Haftung drin sind. Das eine ist so die Praxis, wie sie gelebt wird. Die muss aber nicht richtig sein. Ja, und das andere ist sozusagen der saubere Weg, den man geht. Also ich würde immer mit 1,0 rechnen. Und ich würde es nur mit windschwach machen. Wird zwischen 0,04, 0,6 schwanken. Und bei 0,06 würde ich mir auch überlegen, ob ich den Bauherrn da noch frage. Auf windstark würde ich nur nach Rücksprache mit dem Bauherrn eigentlich gehen. Ja, alles klar. Okay. Weitere Fragen an der Stelle. Gut, scheint erstmal nicht so zu sein. Wie gesagt, ich hatte es eben schon mal angedeutet, luftdichte Ebene. Schauen wir uns vielleicht mal ein paar Materialien an. Das heißt, die Werte, die uns interessieren, wenn man jetzt mit Folien arbeitet und das sind jetzt einige Folien, die hier sind, sind einmal natürlich der Wert oder die Frage, wurde die Luftdichtheit auch beprobt bei diesen Materialien? Wenn das nicht getestet ist, ist es auch kein zugelassenes Material dafür. Und der andere Wert, der Sie dann hauptsächlich interessiert, wenn es ins zweite Semester geht, ist der sogenannte SD-Wert. Und da sehen Sie, dass wir hier ein Material haben, eine sogenannte feuchteadaptive oder feuchtevariable Dampfbremse mit mehr als hundertfacher Verspreizung. Das heißt, die Dampf, Wasserdampfdurchlässigkeit dieses Materials hier, sehen, dass das relativ dünn auch ist, ändert sich mit dem Dampfdruckgefälle. Das heißt, wenn Sie ein großes Dampfdruckgefälle haben, Sie haben also auf der Innenseite einen hohen Partialdruck, also viel Wasserdampffeuchtigkeit in der Luft, dann ist diese Dampfbremse sehr undurchlässig in die Richtung. Und in die andere Richtung ist sie diffusionsoffen. Und der Wert, der da interessant ist, ist der sogenannte SD-Wert. Das ist dann die Luftschichtdicke, die äquivalente Luftschichtdicke, die die gleiche Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl hat wie diese Folie. Das heißt, der Mittelwert liegt bei 14 Metern und der Wert schwankt dann feuchte Variable zwischen 0,25 Metern und 25 Metern. Das heißt, im Extremfall ist diese Dampfbremse genauso dampfdicht wie 25 Meter Luft. Das heißt das. Und im anderen Extremfall ist sie so dampfdicht wie 25 Zentimeter Luftschicht. Das sind mittlerweile eigentlich die Standardmaterialien für die innere Dampfbremse, dass die feuchte Variable ist, weil die nämlich ermöglicht, dass Feuchtigkeit aus diesem Zwischensperrenbereich abtrocknen kann nach innen im Sommer zum Beispiel. Da gibt es jetzt unterschiedliche. Das ist dann hier beschrieben, wo das Ganze eingesetzt wird. Sie sehen hier auch das Flächengewicht. Sie sehen aus welchem Material das Ganze ist. Sie sehen mechanische Eigenschaften, also wie zugfest das Ganze ist in Längs- und in Querrichtung und wie hoch die Dehnung ist. Ist ganz ordentlich dehnbar oder wo der Reißwiderstand entsprechend angesiedelt ist. Und da gibt es dann entsprechende Unterschiede, was die mechanischen Eigenschaften angeht, wenn wir das jetzt mal vergleichen. Diese erste Folie mit der zweiten. Auch die zweite Folie hat die gleichen feuchte technischen Eigenschaften. 25 Zentimeter bis 25 Meter. Wenn wir uns jetzt aber anschauen, die Höchstzugkraft längs und quer sind das hier 340 Newton beziehungsweise 220. Ja, das ist hier sind wir 180. Das heißt, das sind dann überwiegend mechanische Eigenschaften, die sich dann ändern. Sie sehen, das ist eigentlich die gleiche Folie, nur mit einer Gewebeeinlage noch versehen. Und hier auch wieder, wo ist das Ganze angesiedelt. Testsieger bei Stiftung Warentest. Gut, gucken wir mal weiter. Hier jetzt eine andere, ein anderes Material, das dann auch ein bisschen Richtung, ja, nachhaltige Rohstoffe geht. Ja, das wäre dann vielleicht was für, ich glaube, der Herr Morbe wollte mit Stroh bauen. Das wäre dann vielleicht so ein passendes Material dazu. Das ist eine Baupappe. Da steht... Das passt ja, super. Verklebt zwar mit Polyurethan. Also ganz ohne Kunststoff geht das auch nicht, aber zum Beispiel Glaslage ist da mit drin. Was wieder auch rezyklierbar wäre. Dampfdiffusionswiderstand 40 Zentimeter bis 4 Meter. Das ist okay. Man muss es passend abstufen letzten Endes. Zugfestigkeit ist natürlich bei so einer Baupappe nicht ganz so hoch, was aber okay ist. Also für einen Einfamilien- oder für einen normalen Dachstuhl reicht das allemal. Ja, und was man hier sieht halt ökologische Lösung zur Dichtung der Gebäudehülle. Beste Werte im Schadstofftest. Ist also schadstoffarm auch. So, und dann gibt es natürlich noch weitere Materialien, die dann unterschiedlich auch beanspruchbar sind. Hier im Material zum Beispiel wasserabweisend und wasserfest begehbar. Das ist also im Flachdachbereich oder wenn Sie ein Metalldach haben, vielleicht auch besonders gewünscht. Ist allerdings nur ein konstanter SD-Wert von 2,3 plus minus ein gewisser Toleranzbereich. Ist also einerseits relativ diffusionsoffen, andererseits nicht feuchte Variabel. Oder hier auch wiederum ein anderes Material, auch wieder feuchte Variabel. Also so gibt es einige Materialien und welche Sie dann konkret verwenden. Das ist dann auch nicht mehr nur Planung der Bauphysik. Wie gesagt, die Bauphysik interessiert sich eigentlich nur für diesen Wert SD hier, sondern es ist auch eine Planung der weiteren Parameter und da sind dann auch andere Planungsbeteiligte einfach mit beteiligt. Diese Dampfbremse hier hat einen sehr niedrigen SD-Wert. Man ist auch direkt beschrieben, wo man das gerne macht, nämlich als Dampfbremse zur Verlegung von außen auf die Innenbekleidung. Wenn ich ein Dach nachträglich wärmedämmen möchte und die Dampfbremse nachträglich einrichten möchte, dann muss ich gucken, dass Feuchtigkeit sehr gut nach innen abtrocknen kann, abtropfen bitte nicht. Dann wird man auf einen sehr niedrigen SD-Wert achten wollen und da wäre zum Beispiel dieses Material super geeignet. Gucken wir mal weiter. Auch eine sehr diffusionsoffene Luftdichtheitsbahn für die Dachsanierung von außen. Ich gehe jetzt nicht alle Materialien durch. Ich hätte eine Frage. Da steht ja Freibewitterung. Heißt das einfach, dass wenn man die anbringt, dass man dann nur 14 Tage hat, bis das Dach wieder gedeckt sein muss? Das ist richtig. Da geht es vor allem um die UV-Strahlung. Und das ist ein Punkt, den man bei, ich sage mal, in der Regel sind ja diese Dampfbremsen von innen angebracht. Also im Neubaubereich sind die ja nicht frei bewittert. UV kommt da auch nicht hin. Sondern das wird man ja erst von innen anbringen, wenn die Dämmung drin ist, wenn von außen das Dach dicht ist und so weiter. Aber alles, was Sie von außen aufbringen, im Sanierungsfall zum Beispiel oder dann auch später, jetzt gucken wir mal auf die Außenseite, das sind dann sogenannte Unterdeck- oder Unterspannbahnen, also die ich auf die Außenseite bringe, damit das Dach schon mal schlagregendicht ist, die dürfen eben auch nur eine bestimmte Zeit frei bewittert werden. Und jetzt sehen wir hier auch einen Wert bei dieser Unterspannbahn. Natürlich muss die länger imstande sein, auch mal ohne Dachdeckung auszukommen. Das wäre ja, wenn da nur 14 Tage stünden, dann wird das ja schon knapp, wenn es ein größeres Dach zum Beispiel ist. Das heißt, bei klassischen Unterspannbahnen haben Sie schon eine längere Freibewitterungszeit oder auch die Zulassung als Behelfsdeckung. Und zeitkritisch sind eben diese Sanierungsbahnen, ich gehe mal hier hin, wo hatten Sie das eben gelesen, wo war das hier? Wahrscheinlich, da ist es, Behelfsdeckung geeignet, 14 Tage zum Beispiel steht hier, das heißt, diese Luftdichtbahn für die Dachsanierung von außen, die kann ich einbringen, die kann auch als Behelfsdeckung schon dienen, dann aber nur maximal 14 Tage und wenn es kühler ist als 10 Grad auch nur eine Woche. Das heißt, da muss man schon auch darauf achten, das ist auch wieder ein Thema, nicht nur für den Ausführenden, sondern auch für die Bauleitung, das dann entsprechend auch zu kontrollieren. Das ist kein langes Zeitfenster. Hier dann entsprechend auch wieder, dass man darauf achten muss. Es gibt auch Sanierungstapeten, auch die kann ich als luftdichte Ebene theoretisch einbringen. Würde ich jetzt, naja, mal ein Fragezeichen dran machen, ob ich das einer Tapete überlasse, weil ich dann diese Themen habe, natürlich auch mit Einbau von Steckdosen und so weiter. Würde ich jetzt mal ausklammern. Und dann gibt es auch so exotische Folien, ich gehe mal ein bisschen nach vorne, wie zum Beispiel hier so eine wieder von außen eingebrachte Unterdeckbahn. Mit 3D-Trennlage heißt das Ganze, das heißt mit so einem, ich hoffe, dass man es so halbwegs erkennt, also so einem Gekräusel, dass ich eine gewisse Luftschicht habe. Und das dient als Trennlage auf einer Schalung, also Holzschalung, darauf dann diese Bahn unter einer Blecheindeckung, zum Beispiel, dass ich eine gewisse Hinterlüftung auch der Blechlage habe. Und die habe ich natürlich auch eine längere Freibewitterungszeit. Welche Bahn das jetzt konkret später wird, das entscheiden wie gesagt mehrere Personen, unter anderem natürlich auch der planende Architekt, die planende Architektin, unter anderem natürlich auch das ausführende, die ausführende Firma, weil sie als Bauphysiker, sie schreiben jetzt erstmal nur aus, ich brauche da eine Dampfbremse, die muss einen SD-Wert von so und so haben. Und dann gibt es, ja, gibt es ein Fabrikat, das habe ich Ihnen jetzt hier gezeigt, es gibt andere Fabrikate, andere Hersteller, die genau die gleichen Eigenschaften liefern. Wichtig ist, dass das durchgängig ist und dass man guckt, wenn jetzt ein Handwerker mit einer anderen Unterspannbahn kommt, passt die zu den Eigenschaften, die ich mit dieser Bahn letzten Endes in Verbindung bringe, die ich brauche. Und wenn es andere Eigenschaften ist, komme ich mit denen auch klar oder nicht. So, das ist der gesamte Planungsablauf, wenn es um Luftdichtheit geht. Und der erste Schritt, wie gesagt, des Lüftungskonzeptes besteht in der Überprüfung, ob lüftungstechnische Maßnahmen erforderlich sind oder nicht. Und diese erste Überprüfung, mal angenommen, Herr Morbe, Sie sind für die Bauphysik, für den Wärmeschutz Ihres Hauses da beauftragt, diesen ersten Schritt der Überprüfung, ob lüftungstechnische Maßnahmen erforderlich sind oder nicht, den sollten Sie immer machen. Ob Sie auch ein Lüftungskonzept, ein vollumfängliches Lüftungskonzept machen, das werden wir nächste Woche dann machen. Dafür sollten Sie dann im Speziellen auch beauftragt sein. Aber aus Eigenschutz sollten Sie immer diese erste Überprüfung, Sie haben gesehen, wie lange das dauert. Ja, halbe Stunde. Diesen ersten Schritt sollten Sie immer machen, um auch eigene Planungssicherheit zu haben, um dann im Zweifel drunter zu schreiben, so wie ich das im ersten Fall gemacht habe. Es sind lüftungstechnische Maßnahmen erforderlich. Ob dann da einer was draus macht, kann Ihnen dann egal sein. Ja, steht erstmal in Ihrem Bericht drin. So, jetzt haben wir noch einen kleinen Schlenker, den wir diese Woche noch machen. Ich gehe nochmal zurück auf dieses Ablaufschema. So, wir sind also mal in die Richtung hier abgebogen, sagen wir mal, und haben festgestellt, ich brauche erstmal gemäß den Lüftungs- oder den Luftvolumenströmen, bräuchte ich keine lüftungstechnischen Maßnahmen. Und jetzt muss ich noch eine Sonderbetrachtung durchführen, und das ist die, gibt es besondere Anforderungen, zum Beispiel an die Hygiene, an die Energie. Wenn Sie also ein Passivhaus haben, dann haben Sie energetisch eine Anforderung, die dann zu lüftungstechnischen Maßnahmen führt. Aber Sie sehen, die Überprüfung der Volumenströme, die machen Sie immer vorher. Oder Schallschutz. Wenn Sie sagen, okay, Fensterlüftung heißt ja, Sie müssen nachher das Fenster aufmachen, um wirklich genug Luft zu kriegen. Für einen Feuchteschutz reicht es auch ohne Fenster aufmachen. Wenn da draußen aber eine vierspurige Straße ist, dann wollen Sie das Fenster aus Schallschutzgründen nicht unbedingt aufmachen und brauchen deswegen vielleicht eine Lüftungsanlage. Oder gibt es schlicht den Wunsch der Eigentümer, ich hätte aus Komfortgründen gerne eine Lüftungsanlage. Dann sind wir direkt im nächsten Schritt. Das, was wir jetzt noch machen, als Sonderfall, weil das auch ein Punkt ist, der häufig vergessen wird, ist die Überprüfung auf Radon-Gefahr. Klingt ein bisschen exotisch. Hat von Ihnen schon mal einer davon gehört? Von Radon. Ja. In Kellern unbedingt. Genau, ja. Also Radon ist ein radioaktives Edelgas. Und das muss ich überprüfen nach Strahlenschutzgesetz, ob Sie in so einer Region bauen oder nicht, wo diese Radon-Gefahr da ist oder wie hoch diese Radon-Gefahr ist. Und deswegen gibt es, ich habe das jetzt hier mal rausgesucht für die Koblenzer Ecke. Wo sind wir? Da, bei, bei, bei. Ne, Quatsch, ist gar nicht die Koblenzer Ecke. Ich habe gerade irgendwie verloren. Das ist die Pfalz. Genau, das ist die Pfalz. Als Beispiel jetzt einfach mal dargestellt. Aber eigentlich wollte ich doch Koblenz. Egal. Jedenfalls gibt es für einige Regionen diese Radon-Karten, die die Radon-Gefahr letzten Endes auch relativ leicht zu ermitteln machen. Und von dieser Radon-Belastung im Erdreich hängt es ab, ob Sie im Keller, also es geht jetzt hauptsächlich darum, wie ist Ihr Kellerraum, wo steht der, wie viel Gase können aus dem Erdreich in Ihren Keller eindringen, ob sich daraus nochmal Anforderungen an einen maschinellen Luftaustausch ergeben mit der Außenluft. Das heißt, wir müssen überprüfen, ob diese Radon-Belastung vorliegt, wie hoch die ist. Und Sie sehen jetzt hier ein Gebiet, grün wäre unkritisch, Radon-Risikogebiet oder Vorsorgegebiet 0, 1, 2 und 3. Grün ist 0, da gibt es nicht viel von. Und Sie sehen ganz viel Rot. Das heißt, in diesem Gebiet hier, in diesem Großgebiet, haben Sie mit einer mittleren oder hohen Radon-Belastung im Erdreich zu tun, was zwangsläufig zu lüftungstechnischen Maßnahmen im Kellerbereich führt. Oder zum Verbot von entsprechenden Nutzungen im Keller, also wenn Sie sich immer nur kurz aufhalten, um eine Flasche Wasser rauszunehmen, okay. Oder Sie bauen gasdicht, was nochmal baulich hohe Anforderungen sind. Also das wäre sozusagen auch noch zu überprüfen, wie man darauf dann eingeht, auf diese Radon-Gefährdung. So, gucken wir nochmal nach vorne. Wie gesagt, noch ganz viele leere Seiten, weil wir werden das Lüftungskonzept nächste Woche dann fortschreiben für unser Gebäude. Werfen da nochmal einen kurzen Blick schon mal in den weiteren Ablauf rein. Wir sagen, wir bauen jetzt, wir führen lüftungstechnische Maßnahmen durch. Das kann jetzt sehr unterschiedlich sein. Denn es kann sein, dass Sie irgendwo einen Abluftventilator haben und dann diese Außenluftdurchlässe. Also Sie saugen die Luft irgendwo raus und die Luft kommt kontrolliert durch einen Außenluftdurchlass in Ihr Gebäude rein. Das wäre ein sehr einfaches Konzept. Bis hin zu einer Zu- und Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung zum Beispiel, wo Sie die Zu- und Abluft über Ventilatoren in Ihr Gebäude reinbringen und wieder raus schaufeln. So, wir gucken uns nächste Woche also an die Festlegung lüftungstechnischer Maßnahmen. Das sind auch wieder bestimmte Schritte. Wir sagen mal, wir brauchen aus energetischen Gründen gewisse Anforderungen oder haben die zu erfüllen. Dann müssen wir uns für ein bestimmtes Lüftungssystem entscheiden. Da gibt es dann auch nochmal verschiedene andere Lüftungsstufen. Die Feuchteschutzlüftung, die hatten wir schon gesehen. Dann gibt es noch die sogenannte reduzierte Lüftung, die Nennlüftung und die Intensivlüftung, auch Partystufe genannt, die dann, wenn wir eh schon einen Ventilator haben, natürlich auch möglich sein soll. Und wie funktioniert das Ganze? Wir gucken uns das an, Festlegung der Lüftungsmaßnahmen und gucken uns dann die Schritte an. So, notwendige Außenluftvolumenströme. Das heißt, wenn wir lüftungstechnische Maßnahmen durchführen, dann wollen wir natürlich die Lüftungsanlage, die wir dann da bauen, auslegen, nicht nur auf den Feuchteschutz, sondern auf die sogenannte Nennlüftungsstufe, auf die Nennlüftung. Das heißt, wir haben einen anderen Volumenstrom, den wir brauchen. Und das machen wir in zwei Schritten. Wir gucken einmal fürs ganze Gebäude, wie hoch ist diese Nennlüftungsstufe für meine gesamte Nutzungseinheit. Das ist das, was wir hier machen werden. Notwendige Außenluftvolumenströme für die Nutzungseinheit. Und wir gucken raumweise, das ist dann die Frage, die Herr Morbe eben gestellt hat, reicht mir ein Außenluftvolumen, Außenluftdurchlass mit 15 Kubik pro Stunde, reicht das aus oder nicht? Wir gucken raumweise, wie hoch der Nennvolumenstrom sein muss, für zum Beispiel einen Kellerraum, für einen WC, für ein Bad. Und Sie sehen, da stehen jetzt überwiegend Ablufträume, also wo die Luft raus muss. Und genauso gibt es dann auch Zulufträume, wo die Zuluft, wo die frische Luft dann rein muss. Und das wäre ein Raum mit einem Außenluftdurchlass, wo die Luft von außen reinkommt. Das heißt, wir ermitteln einmal einen gesamten Volumenstrom für die gesamte Nutzungseinheit. Und wir gucken pro Raum, was muss raus, wo muss was rein, wo haben wir sogenannte Überströmbereiche, Flur zum Beispiel, da wird dann die Luft vom Zuluftraum in den Abluftraum transportiert. Und beide Volumenströme, also dieser auf die gesamte Nutzungseinheit bezogene, als auch der auf die Räume bezogene, der muss natürlich gleich groß sein. Und der größte Volumenstrom zählt dabei. Das machen wir an dem Beispiel dann nächste Woche sehr ausführlich. Und wenn ich diese Volumenströme kenne, wir benutzen dann auch wieder die Software. Ich gucke dann vorher nochmal, warum da diese Abweichung drin ist. Gucken wir mal gerade. Ah, ich weiß, woran es liegt. Okay. Diese weitere Planung machen wir dann auch mit einer Software parallel. Das heißt, wenn Sie möchten, besorgen Sie sich direkt Dämmwerk. Sie kriegen das relativ schmerzfrei über den Hersteller, über Dämmwerk oder Kernsoftware heißt der Hersteller. Dann können Sie das so ein bisschen auch nachvollziehen. Wir können am Freitag dann in den Gruppen schon mit der Software so ein bisschen rumspielen. Und Sie finden, und das werden wir Ihnen dann auch verlinken, verschiedene Erklärvideos zum Programm Dämmwerk, wo dann alles auch drin steht. Wie Sie Bauteile anlegen, wie Sie Gebäude anlegen, wie Sie dann die Gebäudetechnik einbauen, also Punkte, die noch kommen. Und unter anderem eben auch das Lüftungskonzept. Ich hoffe, Sie verstehen mich noch, weil hier regnet es gerade ziemlich stark. Wie gesagt, wir machen es von Hand und parallel mit der Software. Idealerweise kommt es selber raus. Das ist so das, was nächste Woche kommt. Wie gesagt, ich hoffe, Sie verstehen mich noch, weil es schon ziemlich laut ist. Ich verstehe Sie noch. Ich wollte eben fragen, ist Ihr Mikro ein bisschen da am Kistern oder ist das der Regen? Genau. Also es kann auch sein. Ich gucke hier immer so ein bisschen, ob der Akku noch da ist, aber der ist grün, also es wird der Regen sein. So, das sind so die nächsten Schritte für heute. So, das ist gut.